Es wird spannend bei Paypal, denn wir sind bei den letzten und entscheidenden Bewegungen angelangt. Wie wird es bei Paypal weitergehen? Oder wird diese Aktie sogar gegen 0 Dollar laufen? All das in diesem Video. Bleiben Sie dran! So bevor das Video beginnt, wollte ich Sie noch drum bitten, uns eine Bewertung in Form eines Likes oder Dislikes zu geben und den Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen dieser Content gefällt. Ansonsten starten wir jetzt sofort mit der Analyse. So und wir starten jetzt auch schon sofort mit dem kurzfristigen Chart und zwar dem 15 Minuten Chart, weil wir hier eben die entscheidenden und letzten Bewegungen zurücklegen werden. Und diese Bewegungen werden dann hier in diese Zielzone laufen, die wir ja auch schon im letzten Video markiert hatten. Und hier drinnen werden wir dann den Trendwechsel einleiten, der eben den langjährigen Aufwärtstrend einleiten wird, den wir schon so lange erwarten. Das heißt mit dieser letzten Welle C hier werden wir den mehrjährigen Abwärtstrend und den scharfen Abverkauf, den wir schon lange haben, endlich beenden und dann einen nachhaltigen Aufwärtstrend einleiten, der neue Allzeithochs machen wird. So und wie Sie sehen, ist das Ganze eine Welle C und die Welle C hat auch immer eine Zielzone. Eine Welle C läuft mindestens bis zum 61,8er Extensionsniveau und das wäre hier bei 53,9 US-Dollar. Und in dem Falle wäre das Maximalziel hier bei 49 US-Dollar, weil wir uns hier übergeordnet eben in einer Enddiagonale befinden. Das heißt, wir haben hier Trendlinien, die der Preis respektiert. Wenn wir uns das hier mal anschauen, dann sind wir übergeordnet in einer Welle 5 und die Welle 5 ist hier eine Trenddiagonale. Sie sehen die orangenen Trendlinien und innerhalb dieses Kanals respektiert der Preis diese Trendlinien. Und weil die ganzen anderen Extensionsniveaus, die die Welle C theoretisch anlaufen könnte, die ganzen Extensionsniveaus über 100%, über 200% und so weiter, die liegen hier eben deutlich unter der Trendlinie, weswegen wir davon ausgehen, dass maximal das 85,4er Extensionsniveau noch angelaufen werden kann. Aber halt alle anderen, die deutlich unter der Trendlinie liegen, sind dann damit nicht realistisch und würden dann auch sehr wahrscheinlich nicht angelaufen werden. Was die Welle C halt machen kann, ist theoretisch etwas diese Trendlinie zu überschreiten. Wir hatten das auch hier bei der Welle 4, wie Sie sehen, hat diese Welle 4 etwas diese Trendlinie überschritten. Aber ganz so extrem kann das halt nicht ausfallen, weswegen wir hier eben davon ausgehen, dass diese Zielzone mit dem 85,4er an der Unterkante endet. Und diese Welle 5 hier übrigens besteht aus drei Wellen, weil wir hier in einer Enddiagonale befinden. Das heißt, jede übergeordnete Welle, sei es Welle 2, sei es Welle 3 und so weiter, bestehen aus drei Wellen. Und deswegen sind wir eben hier in der letzten und finalen Welle einer Welle 5. Das heißt, wir sind insgesamt in der letzten Welle von der ganzen Abwärtsbewegung, die wir schon lange haben. Wenn wir uns das mal im langfristigen Chart anschauen, dann sehen wir hier diese übergeordnete 2. Das heißt, wir hatten hier einfach eine lange übergeordnete Korrektur, eine Expanded Flat A, B und C. Und wir sind eben hier in der Welle C, die sehr extrem ausgefallen ist. Bei einer Expanded Flat kommt die eigentlich nicht so weit runter, aber in dem Falle ist sie das. Und wir befinden uns eben in dieser Welle C, die ja aus fünf Unterwellen besteht, in der fünften Welle. Und wie ich gerade gesagt habe, sind wir hier in der fünften Welle in einer Enddiagonale. Und in dieser Enddiagonale sind wir eben auch wieder in der letzten Welle, weil eine Welle 5 besteht auch aus fünf Unterwellen. Und wie Sie sehen, das Ganze ist hier in gelb gekennzeichnet. 1, 2, 3, 4 und 5 befinden wir uns hier in der letzten Unterwelle. So, dann wäre das geklärt, dann springen wir sofort wieder an den kurzfristigen Chart. Jetzt haben sie auch das große Bild vor Augen und wissen, wieso wir hier eben in der letzten Bewegung sind. Und diese letzte Bewegung, die Welle C hier, besteht aus fünf Unterwellen, wie immer bei der Welle C. Das Ganze haben wir auch schon im letzten Video zu Paypal analysiert. Allerdings sind wir im 15-Minuten-Chart, das heißt, wir machen ganz schnell neue Bewegungen. Und das Ganze sah dann im letzten Video so aus, dass wir hier die Welle 3 zu Ende sahen und dann halt hier auch schon die Welle 4. Aber das Ganze hat sich etwas geändert, denn wie wir sehen, haben wir hier noch diese Bewegung nach unten bekommen und dann noch eine Korrektur nach oben. Und wenn wir uns das hier einmal anschauen, dann war das hier höchstwahrscheinlich das Ende der Welle 3 und das hier höchstwahrscheinlich das Ende der Welle 4. Weil wenn wir mal diese interne Struktur von dieser möglichen Welle 3 anschauen, dann sehen wir, dass wir hier eine Welle 1, eine Welle 2, eine Welle 3, eine Welle 4 und eine Welle 5 bekommen haben. Das heißt, dann wäre diese interne Struktur von der Welle 3 komplett und das bestätigt uns mehr oder weniger, dass es sich hier mit der letzten Abwärtsbewegung, die wir hatten, um ein Ende einer Welle 3 handelt. Und wenn wir uns auch noch die harmonischen Verhältnisse innerhalb dieser internen Struktur anschauen, dann sehen wir, dass die Unterwellen harmonisch in Verhältnissen zueinander stehen. Und das bestätigt uns oft auch, dass es sich hier um eine richtige Wellenzählung handelt, denn wie Sie wissen, sind Fibonacci-Verhältnisse in der Elliott-Wellenmethodik das A und O. Und in der Elliott-Wellenmethodik ist es so, dass die Wellen eben immer in Verhältnissen zueinander stehen. Und wenn man erkennt, dass Wellen nicht in Verhältnissen zueinander stehen, dann heißt es meistens, dass die Wellenzählung einfach falsch ist. Aber wenn man eben erkennt, dass wie hier zum Beispiel die Welle 3, weil das hier ist ja die dritte Unterwelle, wenn wir wie hier zum Beispiel sehen, dass diese dritte Welle perfekt auf eines ihrer Extensionsniveaus angesprungen ist, und zwar auf das 238 zweier Extensionsniveau, dann bestätigt uns das meistens die Wellenzählung. Das Ganze können wir zum Beispiel auch bei der internen Welle 4 von dieser 3 machen. Wenn wir uns das mal anschauen, dann sehen wir, dass die Welle 4 fast perfekt auf das 41-4er Retracement-Level gekommen ist, was eben ein typisches Ziel einer Welle 4 ist. Und hieran können wir eben auch erkennen, dass diese ganzen Wellen in schönen Verhältnissen zueinander stehen und diese interne Struktur von dieser Welle 3 mehr oder weniger bestätigen. So, und Sie sehen, dass diese übergeordnete 4, diese interne Struktur, ziemlich hoch korrigiert ist. Das liegt daran, dass diese Welle 2 eben sehr flach ausgefallen ist und es gibt eben eine Regel der Alternation zwischen 2 und 4. Und daran erkennen wir wieder, wie sehr die Wellen in Verhältnissen zueinander stehen, denn es gibt eben die Regel der Alternation zwischen 2 und 4, die eben besagt, dass die Welle 2 und die Welle 4 sich in Intensität und Länge unterscheiden. Das heißt, wenn die Welle 2 flach ausfällt, dann fällt eben die 4 in der Regel tief aus. Und das ist hier eben auch passiert, wie Sie sehen, ist die Welle 2 flach und die Welle 4 tief korrigiert. Wenn wir uns das mal mit dem Retracement-Tool anschauen, dann sehen wir, dass die Welle 4 schon auf dem Weg zum 50er Retracement-Level war. Das heißt, die Welle 4 ist tiefer ausgefallen, als sie es normalerweise ist, was eben an dieser Regel der Alternation liegt. So, und wir wären dann hier in der finalen Welle 5. Die Welle 5 hat auch eine Zielzone. Die können wir mit dem Extensions-Tool ganz einfach bestimmen. So wie Sie sehen, haben wir jetzt hier viele Ziele von einer Welle 5. Wir haben ja gesagt, dass wir jetzt zwangsweise in diese Zielzone laufen müssen, weil das eben die Zielzone von der übergeordneten Welle C ist. Und deswegen kommen ja eigentlich nur die Extensionsniveaus in Frage, die hier ab dem 61.8er Extensionsniveau beginnen. Und das heißt, wir werden hier irgendwo zwischen dem 61.8er und dem 100er Extensionsniveau enden. Das heißt, zwischen 53.91 US-Dollar und 50.38 US-Dollar. Und wie Sie sehen, haben wir hier sogar eine Doppelung von Zielen. Einmal das 61.8er Extensionsniveau von der Welle C, diese graue hier. Und einmal hier das goldene 61.8% Extensionsniveau von dieser untergeordneten Welle 5. Und weil diese Doppelung vorliegt, ist dieses Support-Level umso stärker. Das heißt, das wichtigste Support-Level, woran diese Bewegung am wahrscheinlichsten enden wird, liegt hier bei 53.91 bzw. 53.92 US-Dollar. Also Sie sollten sich auf jeden Fall das 53.9 US-Dollar-Level ganz gut im Hinterkopf behalten, weil das eben das stärkste Level ist. Natürlich sind die anderen Level auch wichtig, aber das 53.9 US-Dollar-Level wird auf jeden Fall die größte Unterstützungszone bilden. Wenn diese gebrochen wird, kommen dann natürlich die anderen, die da drunter liegen, aber bis dahin wird das 53.9 US-Dollar-Level unser Fokus bleiben. Aber wie gesagt, zwischen 53.9 und 50.38 US-Dollar wird diese Bewegung zum Ende kommen und den Trendwechsel einleiten. Und auch damit dann den Aufwärtstrend einleiten, der uns dann über viele Jahre einen steigenden Kurs liefern wird. Apropos Aufwärtstrend, wir schauen uns diesen jetzt sofort im langfristigen Chart an und schauen uns an, was das überhaupt übergeordnet für eine Struktur ist. Also, let's do this. So, und Sie sehen hier auch schon, dass es sich langfristig beim Aufstieg um eine Welle 3 handelt und deswegen haben wir hier diese Zielzone. Die Zielzone hat die Unterkante beim 161.8 Extensionsniveau, das wäre bei 540 Dollar und die Oberkante beim 261.8% Extensionsniveau, das wäre bei 840 Dollar. Das ist jetzt einfach die Zielzone für eine Welle 3 und diese wird auch in der Regel eingehalten. Theoretisch kann die Welle 3 sogar noch weiter extendieren, aber das ist halt sozusagen das realistische Maximalziel, die die Welle 3 erreichen kann. Im Umkehrschluss heißt es natürlich, dass wir hier eine Welle 1 hatten, was logisch ist, weil wir haben ja hier den ersten Impuls seit dem Beginn der Aktie gemacht und dann hier natürlich die zweite Welle, die Korrektur, auf die wir auch gerade eingegangen sind. Und dann werden wir natürlich hier eine Welle 3 nach oben bekommen. Und wie Sie sehen, werden wir ja auch selbst, wenn wir das Mindestziel erreichen, ein neues Allzeithoch machen. Sie sehen also hier ist sehr, sehr viel Luft nach oben und diese Aktie hat sehr, sehr viel Potenzial, weswegen wir hier auch trotz dieser negativen Marktstimmung, die wir schon einige Jahre haben, trotzdem an dieser Aktie festhalten. Für langfristige Investoren macht es natürlich keinen Unterschied, ob man jetzt einsteigt oder noch die letzte Bewegung nach unten abwartet. Für mittelfristige und kurzfristige Investoren ist es jedoch sinnvoll, die letzte Bewegung nach unten abzuwarten, weil zum Beispiel Daytrader ja nicht die ganzen Jahre dann die Position halten, sondern eben schon nach kurzen Anstiegen verkaufen. Und das kann man hier bei der Aktie natürlich machen. Man kann entweder hier bis zur Unterkante halten, wie bei den langfristigen Investoren, oder man kann, weil diese Bewegung ja nicht geradlinig verlaufen wird, die Bewegung wird ja auch in Wellen verlaufen, dann kann man natürlich immer nach Anstiegen verkaufen, zum Beispiel hier bei der Welle 1 und dann bei der Welle 2 Korrektur, am Ende dieser Welle 2 Korrektur dann nachkaufen und so weiter und so fort. Das kann man natürlich auch bei der Welle 4 machen. Man kann diese Bewegung natürlich in verschiedenster Art traden, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Was aber klar ist, ist, dass wir dann die nächsten Jahre eben einen Aufwärtstrend bekommen werden. Ja, ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und einen Mehrwert gebracht. Wenn das der Fall sein sollte, dann lassen Sie gerne ein Abo und ein Like da. Wenn Sie irgendwelche Video-Wünsche oder ähnliches haben sollten, dann können Sie uns das gerne in die Kommentare schreiben. Wenn Sie irgendwelche Kooperationsanfragen oder sonstige Fragen haben, können Sie auch gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse bullishimpulsmanagement at gmail.com senden. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Handelswoche. Bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.